Ich frühstücke um 7 Uhr 30 Minuten. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich arbeite um 9 Uhr. Ich arbeite um 9 Uhr. Ich esse mit meinen Freunden zum Mittag um 12 Uhr 30 Minuten. Ich esse mit meinen Freunden zum Mittag um 12 Uhr 30 Minuten. Nach der Arbeit fahre ich zum Supermarkt. Nach der Arbeit fahre ich zum Supermarkt. Ich kaufe Lebensmittel ein. Ich kaufe Lebensmittel ein. Um 22 Uhr 30 Minuten schlafe ich. 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 Um 22 Uhr 30 Minuten schlafe ich.